Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir wieder mal für alle anfangen, das heißt wir fangen heute mit den Sachen an, die Kotlin ein wenig anders macht als andere Programmiersprachen, vor allem als Java. So, was wir als erstes machen ist eine kleine Übung, damit ihr alle wieder in den Klassen drin seid, denn wir wollen uns eine Klasse erstellen, nur eine Klasse ohne Vererbung, ohne irgendwas, eine Klasse, die einen Kreis darstellt. Ihr sollt die Klasse Circle nennen und sie soll eine Funktion haben, die euch die Fläche berechnet, die nennt sich Area, okay? Dazu braucht ihr einen Import und zwar Kotlin.math.stern, dann könnt ihr Printline über Pi auf Pi zugreifen, ihr braucht natürlich Pi zur Berechnung von der Fläche. Genau, und als Konstruktor sollt ihr einen Radius übergeben, der dann auch gespeichert wird in dem Kreis, okay? Alles klar, ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir hören uns gleich wieder bei der Lösung. So, hier sind wir wieder und zwar wollen wir uns heute die Lösung oder jetzt erstmal ganz kurz die Lösung anschauen und zwar eine Klasse Kreis, die eine angenehme Funktion hat, die die Fläche berechnet. Klasse Circle, die im Konstruktor einen Radius übernimmt und zwar vom Typ, nein, vom Typ Double. Und ja, das ist im Endeffekt auch schon alles. Wir wollen hier eine Variable Radius haben vom Typ Double, die uns über Radius überliefert wurde und wir wollen eine Funktion haben, beides so wie es ist, einfach ohne Zugriffsmodifikatoren, alles gut. Wir wollen eine Funktion Area, die eigentlich gar keine Variable nimmt, die aber ein Double rausgibt und zwar über Return, eigentlich könnten wir das direkt so schreiben, ist gleich Radius mal Radius mal Pi. So, also Pi R² ist die Formel für den Kreis, das sollte jedem ein Begriff sein, denke ich mal. Und wir können uns jetzt hier einen neuen Kreis erstellen, indem wir eine Variable C vom Typ Circle erstellen und zwar als Circle mit dem Radius 1,0, der Einheitskreis offensichtlich und jetzt geben wir hier C Punkt Area aus. Wundervoll, also das ist im Endeffekt die kleine Übung gewesen. Wir können hier offensichtlich alles damit machen, was wir wollen und hier kommt offensichtlich Pi raus, denn 1 mal 1 mal Pi ist Pi, also Pi. So, cool, jetzt wollen wir weitermachen und zwar haben wir schon einiges kennengelernt und jetzt wollen wir mit den Zugriffsmodifikatoren und Gettern und Settern arbeiten. Ihr wisst, wenn ich hier das ganze Ding auf Private setze, dann kann ich plötzlich hier nichts mehr machen. Das heißt, wir können hier eigentlich hier unten den Radius nicht mehr ändern, also wir können hier nicht sagen C Punkt Radius ist gleich 42, das geht nicht mehr, 42,0, wenn dann, das geht nicht mehr, weil hier das Ding eben nicht Private ist. Das heißt, ich kann das nicht machen und ich bekomme einen Fehler. Logischerweise, so soll es ja auch sein, ja. Wenn ich jetzt allerdings hier das Ding auf Public setze, also falls ich ihn irgendwann mal neu setzen möchte, habe ich natürlich das Problem, ich kann auch einfach hier minus 42 machen. Was ich allerdings nicht machen kann, ist, ich kann nicht irgendwie sagen, hey, du darfst das Ding nicht setzen, aber du darfst es auslesen. Also zum Beispiel, wenn ich hier jetzt nachgucken möchte, hey, wie groß ist denn eigentlich mein Kreis? C Punkt Radius, dann darf ich das zwar mit Public tun, mit Private darf ich aber weder setzen noch lesen. Und auch, wenn ich nur lesen möchte, ist das nicht möglich. Das ist ein Problem. Deswegen wollen wir jetzt uns den Zugriff zum Schreiben limitieren. Wir wollen zunächst einmal sagen, man darf gar nicht schreiben und dann wollen wir sagen, man darf nur positive Sachen schreiben, während wir beim Lesen hier sagen, das ist immer erlaubt, das ist okay für uns. So, das bedeutet, zunächst einmal brauchen wir Getter und Setter, so heißen die Dinger. Und die kriege ich hin, indem ich hier einfach Get reinschreibe, das ist tatsächlich der Getter. Und ich kann den definieren als, also der muss irgendwas vom Typ Double zurückgeben, denn das ist der Getter für den Radius. Und ich kann jetzt hier einfach 5,0 zum Beispiel zurückgeben, das heißt, mein Radius wird immer als 5,0 zurückgegeben. Das macht nicht wirklich Sinn, denn jetzt wird hier einfach immer der Radius ignoriert, also das, was da eigentlich übergeben wurde, was hier reingeschrieben wurde, wird immer komplett ignoriert. Denn wenn ich hier auf Radius zugreife, greife ich eigentlich jetzt auf meine Get-Funktion zu. Und diese Get-Funktion, die wiederum, ähm, naja, gibt einfach nur 5,0 zurück. Das heißt, was ich jetzt hier für die Fläche bekomme, ist, ich bekomme hier als Radius 5,0, ich bekomme hier als Fläche, ähm, Pi mal 25, was offensichtlich das da sein müsste. Ja, das kommt sogar ungefähr hin. Das heißt, es wird mir einfach immer 5,0 ausgegeben. Das macht nicht wirklich Sinn. Wenn ich jetzt allerdings den Radius hier ausgebe, das kennt man aus anderen Programmiersprachen, und Achtung, Vorsicht, das ist nicht sinnvoll in Kotlin, denn dann bekommt ihr einen Stack Overflow Error. Denn was Kotlin konsequenterweise tut, ist, hier ruft ihr ja diese Variable auf, die euer Radius darstellt, ja. Das heißt, der Radius, naja, das ist doch hier eigentlich, das ist ja genau das, was der Getter hier definiert. Das heißt, dieser Call an Radius ruft eigentlich den Getter auf und nicht diese Variable selbst, ja. Das heißt, wir rufen hier den Getter auf und der sagt, ja gut, Radius ist Radius, also Radius. Und der Radius hier wieder ruft den Getter auf und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir hier halt eine Milliarde Aufrufe und wir haben einen Stack Overflow Error. Das bedeutet, ihr müsst hier irgendwie anders drauf zugreifen. Dazu gibt es das Schlüsselwort Field, ja. Field ist im Endeffekt das, was hier drin gespeichert wird, gibt das bitte aus. Und hier sehen wir dann, okay, es ist minus 42 und hier sagen wir Radius mal Radius mal Pi. 42 mal 42, beziehungsweise minus 42 mal minus 42 mal Pi, was offensichtlich 5541 ist. Und so funktioniert das Ganze. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass ihr wisst, nicht Radius zurückgeben, sondern Field zurückgeben. Eine weitere sehr sinnvolle Variante für diese Art und Weise, wie Variablen berechnet werden, ist, wenn ihr tatsächlich nur Scheinvariablen habt. Ihr habt eigentlich keine richtigen Variablen, sondern ihr habt eigentlich immer nur eine Berechnung hintendran, okay. Das heißt, ihr sagt hier, isValidCircle und das definieren wir als boolean. Und ja, das würde man normalerweise in eine Funktion auslagern. Das muss man in Kotlin nicht als Funktion definieren. Hier sagen wir einfach Radius größer 0,0. Größer gleich vielleicht, ein Radius mit 0 ist auch okay. Und jetzt sagen wir hier, okay, getter, naja, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir können das Ding direkt berechnen. Und zwar als Radius gleich 0,0. So. Und da können wir reinschreiben, was wir wollen. Wir können auch diese Berechnung hier lassen. Das ist auch völlig fein. Ähm, genau. Also, ups, das wollte ich nicht löschen. So, also das heißt, wir sagen hier, okay, jedes Mal, wenn wir auf isValidCircle zugreifen, berechnen wir das einfach ganz kurz. Das sind sozusagen Variablen in unserer Klasse, die eigentlich schon fast Funktionen sind. Oder Methoden besser gesagt. Das heißt, wenn ihr jetzt aus einer anderen Sprache kommt, normalerweise würde man das als Methode definieren. Aber in Kotlin kann man das einfach als Variable schreiben, okay? Und das ist ein bisschen so der, naja, das ist das Ungewöhnliche, möchte man sagen, okay? So. Jetzt haben wir aber folgendes Problem hier. Und zwar, wir wollen nicht mehr, dass unser Radius auf was Negatives gesetzt werden kann. Klar. Die Area, und übrigens, die Area könnte man auch wunderbar als sowas hier darstellen, ja? Ähm, das heißt, die Area müsste eigentlich keine Funktion sein, sondern könnte auch eine Variable einfach nur sein, die, ähm, naja, jedes Mal eben neu berechnet wird. Das heißt, das könnt ihr sehr gerne mal als Übung machen, aber wir brauchen die hier als Funktion für das, was ich euch zeigen möchte. Ähm, beziehungsweise haben sie gebraucht. Wir wollen aber, dass unser, unser Set hier, also das, das Setzen der Variable Radius, dass das nur unter bestimmten Umständen erfüllt ist. Wir können es direkt komplett verbieten. Das heißt, wir sagen hier einfach Private Set. Und jetzt müssen wir halt leider hier trotzdem irgendwas benutzen. Ähm, im Setup bekommt ihr immer einen Value übergeben. Äh, es ist einfach Konvention, dass das Ding Value heißt, aber es muss nicht Value heißen, ja? Ähm, also ihr könnt hier reinschreiben, was ihr wollt, aber es ist Konvention. Konvention, das Ding Value zu nennen, diese, dieser Parameter, der hier übergeben wird. Achtet auch darauf, hier kein Fun oder sowas vorne dran zu schreiben. Das ist falsch. Äh, genauso hier Fun vorne dran ist falsch. Das sollte man, oder das darf man gar nicht machen. Ähm, und ja, was wir jetzt hier machen ist, wir können jetzt nur noch innerhalb von unserer Klasse den Radius neu setzen. Okay? Das ist sinnvoll, aber vielleicht ein bisschen zu streng. Ich würde hier jetzt sagen, okay, man darf das Ding zwar überall neu setzen, aber wenn der Value kleiner als 0,0 ist, oder, ja, doch, kleiner als 0,0 ist, beziehungsweise, ne, wenn der Value größer gleich 0,0 ist, dann setzen wir das Ganze. Und zwar setzen wir dann unseren, unser Field, Achtung, auch hier wieder nicht Radius verwenden, das führt zu einem Stack Overflow. Wir sagen hier Field ist gleich Value. Während hier unten, also wenn der Wert kleiner ist als 0,0, da machen wir einfach gar nichts. Ja, dann ignorieren wir das, was der Benutzer hier gerade gesagt hat, denn das ist ein ungültiger Kreis sonst. Und jetzt sehen wir hier, okay, ähm, wir haben hier offensichtlich den Radius auf minus 42 versucht zu setzen. Er ist auf 1,0 geblieben und die Area ist offensichtlich auch auf 3,14159, also was Pi ist, 1x1xP, ne, ähm, genau, so funktioniert das Ganze. Ja, und so gehen Getter und Setter in Kotlin, zumindest die Basic-Variante davon, würde ich mal so behaupten. Wie gesagt, ihr könnt ja auch ein Private vorne dran setzen, wenn ihr das wollt, ihr müsst aber nicht. Und das war's von meiner Seite auch schon wieder, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.